Ask me new Verteidigen sie die Sender um die Verkeulen sie so die Sender um jedenfalls Alter, das gibt's nicht Gibt's doch nicht oder? Die rennen alle vier Richtungen rennen sie Ich seh die nur in alle vier Richtungen Verstreuen sie sich hier Nexus, geh du rechts aufm Berg Äh Zwei kommen zu eins Der scharfelte Toxic Typ, der stand halt noch hinten rum Ich bewege mich in die Mitte Die Drohne fliegt Ja guck mal wo die jetzt rumgammeln Das ist doch bescheuert, was die da machen Komm alle zu uns rüber Guck dir die Scheiße an, ich hab meine Gastrohne noch Werde ich sowas von nutzen Achtung da kommt einer auf dich Wann, wann lass denn Alter Da war ja wieder 1A Weg Rechts und links vorbei geballert Ah Jetzt geht's jetzt noch zu weit Eis, kannst du mich wiederbeleben? Eis? Ja Ich bin da Bitte Leisezeug Wann ist die Drohne bereit? Warte So gut wie Jetzt Hat einer die zwei im Auge? Sag mal an wo die sind Die sind hinter mir Okay Gehen wir mal zur Lego Nein, bleib da hinten Bleib da hinten Okay Bei mir nicht mehr Ist doch da Zwei sind Ja gut halten wir sie da hinten Ja gut halten wir sie da hinten Dann tun sie uns nix Ja gut halten wir sie da hinten Dann tun sie uns nix Komm So und mir kurz neues Leben Passt einer auf? Ja Solange sie da hinten bleiben Den Berg noch nicht ziehen Eishort Bananmann Schießen 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 so zurück zurück Schießen schießen so zurück zurück Eishort Bananmann Eishort Bananmann Gut Oh ne jetzt weg nicht mehr viel oder Wartelkurs ich gas den ein Dann musste der weg Tja Junge was machst du jetzt? Jetzt rennst du was? Voll mir in die Waffe rein Dankeschön Ein kurzer Frau Gute Arbeit Okay Ja ist Kann ich nicht markieren Das ist eine Assayine Steht direkt an der Ecke Einer im Tower Einer im Tower Einer im Tower Okay Wo im Tower? Auf Peng Ja auf Peng Ja auf Peng Ist angehitet Warte 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 Was noch? Gegner getroffen Ich gehe näher ran Ich gehe näher ran Beide tot Sehr geil Nein Einer hatte ich angehitet Der andere Ja jetzt ist Nummero So ich komme mal rüber Dann setze ich mich hin Ja Erster Steal Guys No safe kill Sworn Bombaymore On the left Alle drei da drin oder was? Ja Ist das wohl der Lbitzer oder was? Ich komme Ich komme Ich komme Okay Die haben auf dem Boden gelegen Ja? Deswegen müsste ich auf den Tower gehen Achtung Der kommt da Der kommt hier Werde beschossen Der ist von dir jetzt Warte 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 Ich weiß genau wo du bist Yes man Geil Ich bin tankt Er schießt sie direkt Bei mir sind alle beide Alle beide sind bei mir Oh schön dann kann ich ja Eis wieder mehr Und Eis du gehst dann die Eins aktivieren Okay? Nein Wenn ja beide da hinten sind Einfach gerade drauf Der letzte ist Der letzte ist da Ja Einfach gerade auf die Eins Wo lag der Mate? Na drüben ne? Der hat ausgewählt Die Drohne ist unterwegs Guck mal was alles im Turm hinrennt Guck mal was alles im Turm hinrennt Die Leute sind da Einer Da Einer Drei nach oben Der nächste ist hier Am Haus Gleich Okay Hier Warten wir bis Einer läuft hier außen Hier außen läuft einer Einer am Haus Einer ganz außen Oh der hat mich Ja du liegst ja auch mitten auf dem Stein drauf Ich habe ihn gerade gesehen wollte schießen Und da hatte ich schon eine Kugel Das war Du bist langsamer War es der linke oder war es der am Haus Der linke Der ganz linke Der lebt jetzt auch wieder Gegner getroffen Was haben sie denn jetzt gemacht? Na Drohne Also äh Gift Empfange Signal vom Aufklärungsdurm Er ist fast erzielt Da läuft noch einer Läuft noch einer Na Fahrveränder Ich bin äh Ich bin bei dir Okay Granate fliegt Ja du musst jetzt verteidigen gegen ihn Warum gibt mir jeder von dem fucking Headshot Ja Da ist schon Voll dich Ja ich bist so magnetisch anziehend oder so auf die Schüsse Schütt schon Hast heute deinen Magnet angemacht Kenn ich Ja Das sieht man Verminen die mal die Typen Ja kenn ich ja Du brauchst ja nur zwei Minen Ne ich mein ja Ja wo ist denn der eine? Der erste? Der musste hier irgendwo liegen Irgendwo da vorne In der Kante muss der liegen Die anderen beiden liegen hier Das war der letzte? Wo war der letzte? Hinten Da liegt er Ich setze hier eine Mine ein Wenn man kehrt Ich kann ja schon sagen wie der letzte Der Fall ist von sich hin Ah Ach du scheiße Geh mich erst wieder daneben Ja Feindliche Truppen neutralisieren Okay Gute Abend Zwei Längs Zwei Längs Aber da muss man halt so die Ressourcen sich zusammen äh Sammeln Und äh Ja Ich weiß Es ist wie ein Rollenspiel hoch ne? Ja das nicht Mit Waffen machen und so Und dann weg Ja stimmt Da muss man warten Vor allem Medikamente muss man sich da holen und so was Das ist äh Schwierig Ja Kumpels haben mir viel darüber erzählt Na der Überlebensmodus ist halt schwierig Wenn man es mit mehr als zwei macht Weil dann Wären die Ressourcen knapp Da drüben soll was sein Ohja Ohja Knützerer waren Mann die eine Rekut drunter oder was? Ja Wären, ja Da drüben soll was sein Das C4 ist jetzt scharf. Ich darf vielleicht mal einen Nachschirm abpassen, dass es nach Quartower ist. Das ist bestimmt immer einer. Hast du da nicht eingegast? Ne, ne, ne. Wie ein? Da. Achso, dahinter. Gut, das ist dein Job. Mein Job ist der da. Ja, genau da. Das war auch nötig. Naja. Ich glaub der Scharf ist zu, der wird irgendwo da oben. Der eine Ding, den du links erschossen hast, am Tor. Der lebt wieder. Wie denn das? Der wurde gerade reanimiert. Ne, ne, der wurde nicht reanimiert. Da hinten wurde reanimiert. Unterschwerend Feuer! Ich werde beschossen, verdammte Scheiße! Wenn du ihn markieren kannst, kann ich ihn durch die Zelte weghauen. Bei mir ehemann. Da unten. Da war ja locker easy win. Da unten. Da unten. Easy. Easy. Da unten. Da unten.